...Unterstützer bedeutet von ihrer Präsidführer Fritz Isi. An den anderen sind der Udo Möller und der Riedel Scholl. Ja, wie gesagt, wird das Damen-Dreigestörn von der Schützenbruderschaft St. Hubertus Fischnich gestellt. Wir sind, wir finden uns jetzt hier im zweiten Teil. Dies, der Prinzenempfang Stossheim, das vier Teile insgesamt hat, über zwei Stunden läuft. Herr Pösslieder ist ein echt kölnisches Mädchen und mit diesem Namen reingestört wird für Sie ein Kindersklo in Erfüllung. Sie arbeitet als Musikkauf, aber Renata und Junkf-Alexander und Frau Claudia sind beide mit viel Ersporn. Und du so gehst eigentlich in diesem Beruf in der Altenpflege, im Trainer und in Brügel. Sehr geehrte Frau Aufwärme, nicht nur als auch Haushalt. Sie befindet sich noch dein Mittwoch. Ja, passt los zusammen. Wir sind froh, heute in Stossheim zu sein. Lieber Thomas, liebe Monika, ihr wisst, wie gerne wir zu euch kommen und wir eine schöne Zeit miteinander erleben. Lisa ist da, die Frauenweiler sind da. Ich weiß gar nicht, wen ich alles. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und möchten, freuen wir uns hier zusammen, um heute Abend mit euch eine schöne Zeit zu erleben und zu feiern. Ja, super geile Atmosphäre hier und ja, lieber Thomas, liebe Monika, auch wir sehen, wie wir sind und so wollen wir auch die Tiefe. So ein bisschen Kölsch kann ich ja auch. Und wir wollen euch ja nicht viel sparen, wir haben euch was mitgebracht und wir singen und tanzen für euch. Singen und tanzen für euch. Singen und tanzen, wir wollen einfach nur Spaß haben. Ihr spart haben die Leute. So macht es einfach, wenn es ein guter Reichen wird. Es ist noch nicht so lange, wir haben die Leute vor unseren großen Traum, als eige Stirn auf der Höhe zu stehen und mit euch auf den Fuß zu raum. Sie singen und tanzen für uns, wenn wir einen anderen unten sahen, dann sagten wir zu uns, das wollen wir auch. Und alles andere sagt mir dann, scheißegal, wir halten an. Und alles andere sagt mir dann, scheißegal, wir haben die Leute, 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 die Wir sollten nicht den neuen Fraunen stellen und auf allen Dingen fliegen. Und wenn wir dann durch die Welt gehen, dann sind wir wohl, dass wir als Team zusammenstehen. Alleine Hessen wird das nie geschafft, es ist schön, dass wir den Weg zu weit vergehen. Wir sind doch wirklich wunderbar, die Alex, Lydia und Claudia, mit Stimmung wollen wir euch hier erfreuen. Noch einmal voll hohen Räumen sein, so richtig sich das Leben träumt. Und heute fangen wir an, wir fangen an. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch, aus dem Tisch. Alles war mit einem Schirm, denn die Erde ist nur noch nicht so. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch, aus dem Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Wir sind bei jedem Fische nicht, am ganzen Tisch. Musik Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Dieelschaft. Das war's. Das war's. Das war's. Ich schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Wenn ich so denkt, der nächste Modell ist viel, was wir in deinem Spiel sind. Ich schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Wenn ich so denkt, der nächste Modell ist viel, was wir in deinem Spiel sind. Ich schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Wenn ich so denkt, der nächste Modell ist viel in deinem Spiel. Wenn ich so denk, der nächste Modell ist viel in deinem Spiel sind. Wenn ich so recht bin, dann schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Mit Enzo, Cundexo, Cundexo, Cundexo was wir lang zu spielen Wo man schweißt, dass ich will nach außerolie schwer Und nicht mehr nachher ist, auf dich, auf dich, auf dich Dich, 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 ich Mit Enzo, Cundexo, Cundexo, McDonald's seid nicht, wenn man dann flickscht Ein haildeel in die Augen und dann schau in meine데 Mit Enzo, Cundexo, Cundexo, Cundexo was wir lang zu spielen Gott schatzt euch Händ, lass uns über mich hören, Dann schatze ich mich über mich. One, two, three, four-uf-ALs Summer of Fire Ich drauf' mich über mich One, two, three, four-uf-duh La 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 Also das Wort geil darfst du jetzt trotzdem ruhig benutzen, aber wenn der Ex-Prinz das benutzt darfst, dann auch. Ihr seid so weit. So, und zwar wichtig in der Karnevalzeit, wie gesagt, muss nicht immer wieder davon anfangen, dass wir Frauen sind. Ich denke mittlerweile, das weiß man das. Wenn man es nicht sieht, man erkennt es auch an unseren Namen. Aber wir sind Frauen, wir wollen auf das Thema nicht eingehen. Wir wissen, dass Männer und Frauen, egal welchen Geschlechts, Karneval feiern können. Es gibt ein Leben für viele Probleme und es ist einfach die Karnevalzeit mal eine Zeit, wo man alles vergessen kann, Spaß haben kann, Freude haben kann, miteinander gut auskommen, ohne Streit und ohne allem. Und das wollen wir uns auch machen. So, wir sind unser Motto. Also, was so, jetzt. 1, 2, 3. Das. So, dann bleibe ich auch mit einfach, drückende mir, Spaß und Freund und dass nicht dreifan. Dann schau ich natürlich deine Worte auf. Dann schau ich meine 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 Worte auf. Dann kommen wir beim Süden. Bei denief trainings? Seine Freunde, wer nicht weiß, wo Baumgartner liegt, das ist der höchste Stadtteil von Hürn, mittlerweile eingedeutscht. Ich kenne keinen Verein aus, oder keine Ortschaft außerhalb von Hürn, die so gerne hier in Hürn gesehen hat. Ob sie da ist, in Stolzheim, in Fischlitz, überall Bauleiter ist einfach in hier, in Hürn, und das ist auch für uns. Da sind schon viele Freundschaften entstanden, auch außerhalb der Karneval-Zeit, das wird mit euch raus sein, bin ich fest und überzeugt. Und betröckelt ist der braunere Reichtum vom Karneval-Frei, die Reden an der Spitze, mit Prinzverlierstin Sven Heinlann. Und der Segersektor, der starste Bruder, Baugny-Güter-Bitschöwe. Und der Schafi-Braunen-Laufgesprache, den niedlichen Mundverdächtigen, Jungs-Präsidentin Christian Brantower. Wir müssen, was ist für eine gute Führung, Lieder, wir müssen gleich noch, wie das richtige Hinweise geben. Aber unser alter Freund, Prinzenführer Michael Mayergan. Und die vierte sieben Jahre war Bauleiter-Präsidentin groß. Sieben Jahre und alles geschafft. Vielen, vielen Dank für die Deadwater und für den herzlichen Dank. Gute Damen und Herren, Stotze! Wir sind sehr froh, heute hier zu laufen, auch den Brunzenpark in IMA. Vielen Dank für die letzte Einladung. Wir sind sehr gerne gefolgt. Es ist einfach schön, hier zu sein. Wie es gerade schon gesagt worden, sieben lange Jahre wussten wir brauchen oder warten. Wir konnten es dann irgendwann nicht damit ansehen, aber gesagt, jetzt müssen wir jetzt selber machen. Wir hatten das innen nie, was soll es. Unser Verein für dieses Jahr war auch zusätzlich in unserer 20-jährigen Zugendierung. Noch als sehr junger Verein. Wir waren auch nicht immer gut gesitten im Raum, weil da vor den ersten Jahren waren wir ein bisschen lau mit dem einen oder anderen gegenüber. Da war ich ganz so gerne, wie wir sehen, inzwischen jeden. Inzwischen haben sie uns alle amortiert und lieb und da ist auch Jungs so. Und unter dem Hintergrund ist unser diesjähriges Sessionsvortum. Seht 20 schon, ihr braucht wieder Hetze. Sind wir heute nicht mit den lauten Hetze. Da wollen sie doch mit Flausen im Korn. Ach, wir haben heute alles drei gestehen in den Raum. Und was soll es auch im Großen und Ganzen jetzt auch für das Erste mit den großen Mauten gewesen sein? Wir wollen bis zu 4, ich denke, da wollen die hoch. Wir wollen gerade auf 4, wir wollen passen auf 4, dann können wir allerbeste. Dann würde ich sagen, die Nummer 1 ab, bitte. Auf der Sitzung ging es an. Die Idee war bei der Vorhinein. Unser Beide ist Deutschlandfest. Wir drei waren auch bei der Vorhinein. Und unsere Freunde bliebte raus. Sie wollte es nicht glauben, doch sie konnte nichts zu tun. Sie wollte es nicht glauben, doch sie konnte nichts zu tun. Sie wollte es nicht glauben, doch sie konnte nichts zu tun. Sie wollte es nicht glauben, doch sie konnte nichts zu tun. Sie wollte es nicht glauben, doch sie konnte nichts zu tun. Aber Sie wollten安en ja draußen. Sie aimen nicht kleiner, doch sie könnten. Bei der Vorhinein. Dann restore sie von der Vorhinein. Teuren Strache war unsere Beide. Bei der Vorhinein. Ich brauch die Vorhinein. Und ради uns electro polymerieren. Aber die Vorhineinllä Ihnen sollten然后 entscheiden. Und den Darüden zoget den Comme und Ganzen eine Produng an den assistant. In Floulten sind hoch. Und wenn man tanze und achtet euch nicht mehr Schleit auf die Schülle, ei, 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 die Arten und feiern aufs Gartenbein Hecht die Hände, die Himmel, die Gleit So lässt sich und dann nicht solle Zeit Weht man schon runter, nur vorstellt da Die Artenwahl ist gut verraten, die Artenwahl ist gut verraten Die Artenwahl ist gut verraten, die Artenwahl ist gut verraten Aha! Ich hab nix zu über Hattet euch schon vor? Ja! Ah! Seid ihr auch in der Lage abzurocken? Ja! Andere Artenwahl Aber du bist normal, bist du? Ja! 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 Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt so langsam zum Ende des zweiten Teiles. Wir werden dann gleich zum dritten durchstarten mit dem Gläuler-Greifestirn, die auch eine riesengroße Gesangseinlage bieten. Sie gestellt werden von den Veteranenkorps, die ihr elftes Garnivant, ihr elftes Jubiläum haben und zum elften Jahr stellten sie in diesem Jahr ein Dreigestirn. Wir verabschieden uns und sagen bis gleich, es geht gleich weiter im Teil Nummer 3 der Wartungslegel Bild und Ton. Wartworte Schabueur, Laune und Glorstäter. Wartworte Schabueur, Laune und Glorstäter.